Die jüngsten Konnecruozahlen und Indiktoren zeigen noch stark und besser die Geschäftslage in der Kernregion Ost-Sweiz, sondern dass die Zuversicht bei den Unternehmungen stark gestiegen ist. Dass die Erholung auch weiter anhalten wird, sieht man zum Beispiel im Stimmungsbarometer des Konnecruo-Abort Ost-Sweiz. Auch die Stimmung unter den Konsumenten ist stark gestiegen. Da dürfte sich positiv auf die Detailhandel auswirken. Wie die Konnecruo-Entwicklung der Kernregion Ost-Sweiz im Detail aussieht und v.a. wie es in der Branche aussieht, erfahren Sie unter www.iak.ch.konnekturanalyse.